Er kommt Weinrider Ein Auto, ein Motor, ein Jan Jan Metzler, ein junger Winzer, setzt sich für die Armen und Unterdrückten ein. Weinrider, ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht. Weinrider, ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht. Weinrider, ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht.